Es werden mehr, hörst du sie nicht? Sie breiten sich aus und sie werden immer brutaler. Man erreicht sie gar nicht mehr. Das ist die breite Masse da draußen. Die lassen alles mit sich machen und merken es noch nicht mal. Salamu Aleikum, Inschallah, geht es euch allen gut. Die arbeiten, essen, schlafen, trinken und tupf. Ich freue mich, euch alle heute hier zu sehen. Wir haben bei uns auch einige junge Frauen mit Kopftuch, die arbeiten bei uns in der Produktion. Ich stehe immer hinter dir. Also meine Lieben, heute wie versprochen mein Insta-Livestream aus dem Atelier meiner Schwester. Unsere Möchtegern-Demokratie ist ein Bluff. Das wird uns nur von dem Westen hier vorgegaukelt. Nehmen wir zum Beispiel die Uiguren. Ich stelle mich vor. Wer sind die eigentlichen Zerstörer der Natur? Wie kommt denn der Klimawandel wirklich zustande? Womit wir wieder bei der Schuld der Deutschen wären und der Frage, wer den Ersten und Zweiten Weltkrieg angezettet hat. Nein, Geschichte wird immer nur von den Siegern. Salam zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie geht's gut? Wie geht's gut? Vielen Dank.